In der Grill den Henssler-Ausgabe vom 13. August war wieder einmal einiges los. Wie immer eigentlich, wenn Eveline Bordecki in der Ka-Och-Show zu Gast ist. Diesmal schockte sie Moderatorin Laura Wontora mit einem doppeldeutigen Spritzspruch. Doch was das TV-Publikum am Sonntag nicht sah. Schon vorher hatte es Turbulenzen im Studio gegeben. Auch diesmal waren Wontora und Bordecki beteiligt. Im Zuge einer kuriosen Outfit-Panne musste eine der beiden Frauen nachgeben und sich spontan umziehen. Details zu Grill den Henssler-Panne Eigentlich sollte Laura Wontora die besagte Grill den Henssler-Sendung in einem Blumenanzug moderieren. Eben diesen trägt sie auch in einem Einspieler. Zudem stellte die 34-Jährige den Look im Juni bei Instagram zur Schau, als die Show gerade aufgezeichnet wurde. Doch kurzfristig musste umgeplant werden. Denn, Eveline Bordecki erschien im gleichen Anzug. Dass beide Frauen ihren Anzug anbehalten, war für die TV-Redaktion ausgeschlossen. Das war ganz lustig, erinnert sich Bordecki bei der Bild zurück. Die kuriose Situation beschreibt sie wie folgt. Wir hatten ein Outfit-Gate vor Ort. Bordecki befand sich damit unweigerlich in einer Bredouille. Weiter verrät sie, Das Problem war, ich hatte außer diesem Anzug keine Alternative am Start. Den Blumenanzug hatte sie sich nach eigenen Angaben erst einen Tag vor der Aufzeichnung gekauft. Laura Wontora rettet die Situation. Zum Glück für Bordecki, bzw. alle Beteiligten, lenkte dann Laura Wontora ein und zog sich um. Bordecki ergänzt dementsprechend erleichtert. Laura war so lieb und hat spontan auf ein anderes Outfit zurückgegriffen. Auch abseits dessen verlief die Aufzeichnung für die ehemalige Dschungelkönigin übrigens alles andere als optimal. Denn ihr Schuhwerk machte ebenfalls Probleme. Dazu gesteht Bordecki. Ich hatte die Rienchenheels perfekt zu meinem bunten Anzug abgestimmt. Wie sagt man so gern, wer schön aussehen will. Muss manchmal auch ein bisschen leiden. Ich hatte bei diesem Plan nur leider nicht bedacht, dass Grill den Henssler knapp vier Stunden läuft und man ständig von A nach B flitzen muss. Das bittere Fazit der 34-Jährigen. Meine Füße qualnten vor Schmerz wie der Grill. Zu allem Überfluss gewann Steffen Henssler an dem Tag auch noch die Show, doch Bordecki lässt sich nicht unterkriegen. Noch in der Sendung kündigte sie eine Revanche im Herbst an. Da komme ich wieder. Da schwitze ich auch nicht so. Das bittere Zettung kündigte sie eine Revanche im Herbst an. Da bin ich wieder. Das bittere Zettung. Untertitelung des ZDF, 2020